Wäre aber tatsächlich der erste Bundesliga-Auftakt-Sieg seit 2011. Und am 19. zum ersten Bundesliga-Vorbericht für diese neue Saison. Samstag 15.30 Uhr geht es gegen Kreutdorf, führt am ersten Spieltag. Erstes Spiel, erstes Heimspiel dann auch gleichzeitig vor bis zu 22.500 Zuschauern, laut dem Kicker. Was auch noch lange nicht ausverkauft ist, wer auf die Seite geht. Gerade ist der Freie Verkauf gestartet oder ist gerade am Laufen. Tickets bekommt ihr noch. Also es liegt glaube ich schon ein bisschen an Ferien. Klar, aber halt auch zum großen Teil wahrscheinlich wirklich an wirklich sehr teuren Tickets, wie ich es auch schon angesprochen habe, gegen Barca und jetzt auch im Podcast angesprochen habe, zum Thema Kreuter Fürth. Es kommt eben ein Aufsteiger. Das wird ein extrem böses und ekliges Spiel zu Beginn. Letztes Jahr ist Zweiter aufgestiegen in der zweiten Liga. Wir kennen selber noch diese ruppige Vierter-Truppe aus der zweiten Liga. Aber gut, kicken können sie ja scheinbar schon, weil sonst wären sie ja nicht aufgestiegen. Haben einen zweitjüngsten Kader hinter uns, also ist da schon Potenzial da und viel frischer Wind. Auch so junge Wilde mäßig. 28,23 Millionen Mark wert, damit auch der billigste Kader der Liga. Ein paar Spieler haben sie schon, also einen Fein und einen Hoogba haben sie ausgeliehen. Und haben auch einen Hurgota und Julian Green kann man persönlich auch noch, haben natürlich auch ein paar Leute verloren. Also die beiden U21-M-Sieger zum Beispiel. Deswegen der Kader ist schon eine ziemliche Wundertüte. Und deswegen, weil die auch unten im Abschiedskampf wahrscheinlich mitspielen werden, ist es auf jeden Fall ein Pflichtsieg auch zum Start, um da gut reinzukommen. Wäre aber tatsächlich der erste Bundesliga-Auftakt-Sieg seit 2011. Guter Bandsituation, natürlich noch nichts vorhanden. Wir starten jetzt erst rein. Pokal haben wir 0-6 gewonnen beim BFC Dynamo, wissen wir mittlerweile alle. Und Fürth ist ausgeschieden. 5-4 im Elfmeterschießen bei Babelsberg sind sie raus. Und eben in meiner Saisonprognose würde hier quasi Platz 11 gegen Platz 18 antreten. Nach 34 Spieltagen, meine Prognose. Vorbereitungen waren bei uns 4 Siege, 2 Unschieden, Einzelage aus 7 Spielen. Und bei Fürth waren es 0 Siege, 2 Unschieden und 3 Einzelagen in 5 Spielen. Also bei uns schon eine ordentliche Vorbereitung. Und bei Fürth, ja, lief nicht so. Und wie gesagt, Fürth kennen wir natürlich auch. Deswegen schauen wir auf die letzten direkten Duelle gegen Fürth. Und dann natürlich auch auf die direkten Heimspiele gegen Fürth, wie auch am Samstag. Da sind 6 Siege, Einzelage aus 7 Spielen stehen da zu Buche. Eben in der Bundesliga, 2. Liga und im DFB-Pokal. Letzte 3 Spiele waren ein 2-0, ein 4-0-Heimsieg und eine 0-2-Heimpleite. Eben ist die eine Heimpleite, die wir kassiert haben. Also vor allem zu Hause gute Statistik gegen Fürth. Unsere nächsten 3 Spiele sind dann eben Fürth zu Hause. Dann fahren wir nach Leipzig auswärts. Und dann kommt Freiburg. Fürth natürlich kommt zu uns erstmal. Danach haben sie Bielefeld zu Hause. Und dann Mainz auswärts. Also direkt viele Duelle mit Klubs, die vermutlich eher unten chillen werden in der Liga. Deswegen wirklich schon ein sehr wichtiger Sessorstart, auch für Fürth in der Hinsicht. Kommen wir zum Startelf-Tipp, wo, ja, Bredlow schon ordentlich gespielt hat. Auch im Pokal wieder. Aber ich glaube schon, er hat auch die Eins auf dem Trikot, so doof es klingt. Ich glaube schon, als der Müller spielen wird, auch die Abwehr steht fest. Unsere drei Kollegen da hinten. Endo ist zurück. Unser Capitano ist zurück. Der wird auch spielen, gehe ich davon aus. Karasso ist ja schon ein Gewinner der Vorbereitung. Deswegen würde ich auch den im Mittelfeld sehen. Links und rechts ist aktuell auch Sosa und Massimo ziemlich klar für mich eigentlich. Genauso wie auch davor Förster. Wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals sage, dass Förster so sicher Stammspieler ist. Dazu sehe ich dann Klement oder halt natürlich auch Klimovic. Aber ich sehe irgendwie vom Gefühl her eher Klement da vorne. Da ist man natürlich auch ein bisschen ruppiger gegen Fürth am Start. Ein bisschen sicherer Mittelfeld noch, weil ja eben Klement im Pokal noch neben Karasso quasi auf der 6 gespielt hat. Also ein bisschen tiefer noch als jetzt eben auf der 10, wo ich ihn hintippe. Vorne ist eigentlich auch Al-Gadoui recht sicher, weil ich Sanko eher als Einwechslung sehe. Und eben Kalajic noch nicht ready sein wird, glaube ich. Vielleicht ist er auf der Bank, aber noch nicht ready für Startelf. Kommen wir zur Prognose. Ihr dürft immer abstimmen im Community-Tab Sieg und Schiedenniederlage. Und eben auch genaueres ab in die Kommentare damit. Und wie schon gesagt, man muss die einige schon starken zu Beginn. Der Aufsteiger kommt. Der Aufsteiger, der vermutlich sehr große Abstiegsgefahr haben wird, kommt. Wird natürlich aber auch deswegen direkt ein ekliges Spiel, weil man sich eben bei Fürth von der Bundesliga-Tauglichkeit nicht so sicher sein kann. Deswegen gerade solche Klubs, gerade solche Kader davon überhaupt nicht unterschätzen. Die werden uns auch mit unserem immer noch angeschlagen. Und so gesehen quasi nicht 100% vollständigen Kader, doof gesagt. Werden die uns auch Schwierigkeiten bereiten. 100% tippe trotzdem auf einen engen 2-1 Heimsieg. Einmal, weil wir diesen guten Start brauchen. Ich will diesen guten Start. Man hat vielleicht auch ein bisschen, weil auch die Auswärtsfans nicht da sind, ein bisschen Heimvorteil aktuell. Und der Saisonstart müsste schon gelingen, weil nächste Woche fährst du eben nach Leipzig. Und dann hier zum Schluss nochmal der gesamte Spieltag getippt. Und auch noch kurz vor knapp quasi, morgen beginnt die Saison. Kommt nochmal rein in die Kicktipp-Runde kostenlos. Bisschen Community-Action. Hätte ich Bock drauf. Und damit war es das vom Vorbericht. Wir haben Bock auf die Bundesliga-Saison, glaube ich, alle. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.